das spiel wird so lange gehen der kult des kosmos der kult des kosmos ist eine geheime organisation mächtiger menschen die die weltherrschaft an sich reißen wollen typisch suche in den ganzen griechischen welt nach hinweisen um die identität seiner mitglieder zu enttölen und ihn für ein für alle mal zu zerschlagen und da haben wir noch ein tab offen na ganz ganz toll mit den hinweisen die du gefunden hast kannst du die identität eines kultisten auf seine detailseite enthüllen sobald sie enthüllt sind kannst du kultisten auf der karte verfolgen es ist der medusa kopf wegen schlangen also es hat sieht aus wie medusa jedes mal wenn du einen kultisten eliminiert erhält zu hinweise und einen noch mächtigeren kultisten zu enthüllen da finde ich aber cool dass wir herausfinden müssen was das für welche sind aber ein paar habe ich schon gefunden anscheinend zwei also elpe nur und den hier irgendwie finde ich das cool dass wir jetzt herausfinden müssen was das für leute sind und die denn eliminieren wir sind noch söldner die uns dann wahrscheinlich noch verfolgen werden ja wir haben einiges hier zu tun ich werde nie fertig stürze verursachen schaden sind aber nicht tödlich wäre das geil erfordert stufe 20 okay das dauert noch ein bisschen schade ok Muss mal gucken. Oh, ich habe nur einen Speer. Ich werde hier so lange in diesem Spiel sitzen, dass es hübsch ist. 46, was? Ähm, Stufe 50. Okay, ich denke mal, das ist für das Ende gedacht. Ist ja ganz toll. Aus den Schatten. Und ich kriege ja anscheinend sehr geile Ausrüstungen, wenn ich das alles hier mache. Ah, das kann ich erst am Ende machen. Ich habe gerade mal Stufe 14 oder so. Ich klappe das mal wieder zu. Ist hier irgendwas in der Nähe? Machen wir das hier. Müssen wir denn gegen Alexius kämpfen? Wahrscheinlich, ne? Er hat uns jetzt zwar gelassen, also am Leben gelassen und uns sozusagen gerettet und dafür einen anderen Unschuldigen eigentlich, naja, unschuldig war der bestimmt nicht, ähm, getötet. Aber ich glaube nicht, dass wir Freunde werden. Oder dass wir jetzt hier, äh, auf heilige Familie machen werden. Ich glaube schon, dass... dass wir ihn töten müssen. Oder dass er uns töten möchte. Spricht mit der Hexe. Ich fühle mich leicht angesprochen. Ich bin da auch eine Hexe. Was ist denn jetzt für eine Hexe? Du hast eine Nachricht hinterlassen. Worum geht es? Banditen haben die Leichen der Gefallenen geplündert. Aber ein Fluch wird dem finsteren Treiben der Grabräuber ein Ende setzen. Interessanter Plan. Okay. Diese dreckigen Leichenfledderer werden versuchen, mein Ritual zu verhindern. Da bin ich sicher. Und der Geruch des Todes wird wilde Tiere anlocken. Ähm. Also, soll ich sie alle töten? Nein. Die Bestien müssen unbedingt erlegt werden. Und dass dir keiner entwischt. Okay. Ich muss die Tiere also töten. Es hängt sehr viel davon ab. Ich komme hinterher wieder. Und will mein Geld. Erlege die Wölfe. Auch nicht Wölfe. Wölfe sind so schöne Tiere. Mein Pferd ist gerade schwarz geworden. Alles klar? Aus dem Weg. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich hinreite, ne? Wenn ich wieder runterfalle... Ihr wisst Bescheid. Immer sehr komische Wege. Ich habe immer Hoffnung, dass das Abkürzungen sind. Aber meistens ist das mehr ein Fail. Gar nicht, Siron. Bin ich gar nicht. Lüge. Komm schon, du schaffst es. So, ich muss die Wölfe erledigen. Keine Pfeile mehr, natürlich. Wie geht's dir, Siron? Um... 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 Ich mag das nicht. Okay, das wird mir erledigt. Zur Hexe zurückkehren, das war jetzt eigentlich ein sehr schneller Auftrag und dann kriegen wir vielleicht ein bisschen Geld und dann... Ja, und EP halt. Ich muss stärker werden. Wobei ich das Gefühl habe, dass ich nicht stärker werde. Ein bisschen ausgebrannt fühle ich mich. Oh nein. Ich fühle mich ziemlich platt, weil ich so lange gestreamt habe. Ich habe mich nicht so wirklich erholt. Ich bin ziemlich müde, aber... Aber es geht. Ich bin das ja... Ich bin es ja eigentlich gewöhnt. Mit der Müdigkeit. So. Ja. Ich hab sie erledigt. Jeden Einzelnen. Gute Arbeit. Du hast dir deine Drachmen wirklich verdient. Herr damit. Du könntest Thelma in der Besetzung werden, was? Ich kann eine Hexe... Was? Dieses Leben hat dir nicht viel zu bieten, aber an Bord meines Schiffes wartet ein neues Leben auf dich. Wir werden sinken. Komm zu uns. Wir brauchen jemanden wie dich. Du wirst den Meeresgrund sehen. Nicht viele wären mutig genug, mich auf ihr Schiff zu bitten. Ich komme mit. Naja, wenn du Flüche aussprechen kannst, nehme ich dich gerne mit. Du Hexe. Hab heute ein paar Stunden WoW gespielt. Keine Ahnung, war irgendwie zu viel heute gerade. Gar gar nicht Bock zu... Ich kenne das. Ich hab manchmal auch so eine Tage. Ich kenne das. Da vegetiert man einfach mal ein bisschen vor sich hin und hofft, dass der Tag endlich vorbei ist. So motivationslos, ne? Das kenne ich. Ich bin eigentlich viel zu müde zum Streamen, aber... Ich hab Bock. Und ein bisschen hält es mich wach und... Da ich den Stream offen habe und den Chat, bin ich ein bisschen aktiver. Dass ich nicht einpenne oder so. Ich glaub, sonst würde ich heute auch nicht spielen. Ach, hier sind so viel Aufträge. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Guck mal auf die Karte. Die war mir zu stark. Viel zu stark. Prometheus und die Erschaffung der Menschen. Okay. Ich hoffe, die sind nicht zu stark. Oh, das wird wehtun. Was macht... Niemand darf mich sehen. Yeah. Endlich hat meine Fähigkeit, die ich jetzt ge... ausgerüstet habe, meine Funktion. Dass ich jemanden mal direkt töte. Ist das schön. Das klappt ja sonst nicht. Und überall Eulen. Ich hasse diese Festung. Ich hasse sie. Pfui, Teufel. Hier ist niemand. Alles super. Ich geh mal mit Gewalt rein. Ich hab keine Ahnung. Ich brauch nur den richtigen Moment, dass ich Sparta schreien kann. Hier geht's leider nicht. Oha. Du fliegst bestimmt nicht, oder? Ist das gerade kaputt gegangen hier? Wie cool ist das denn? Also glaube ich jedenfalls. Boah, jetzt kommen die Dicken hier alle. Ist das euer Ernst? Hallo, ich muss hier runter! Und ich bin fast tot. Alter, wie viele sind das? Nee, haben wir noch nicht. Die Fails. Kannst du ja machen. Hast du was zu tun. Oh, ich hab da... Oh, Kopfgeldjäger jagen mich. Ja, ist ja schön. Yay! Das ist halt auch eine Cooldown-Killer. Musst schon ein paar Sekunden warten. Ich bezahle es mal. Oder... Nee, ich lass das. Komm. Scheiß drauf. Isodorus. Ich konnte nichts lesen. Das ging zu schnell. Nee, Isodorus ist jetzt hinter mir her, oder was? Ich kann hier oben nicht so viel machen. Und da ist sie schon. Und hat Gift. Ich... Oh, das ist ein Typ. Okay. Tschüss! Ei! Autsch, Autsch, Autsch. Das tat weh, das tat wahr. Sona, die Tänzerin. Was? Tanz dir mich an? Ah, bitte nackt. Äh, ich meine... Scheiße. Ach, Menno. Jetzt sind ja nur ein paar Sekunden Cooldown, glaube ich. Das war mal knapp. Ja, das war mega knapp. Aber warum müssen die denn immer auf engen Raum mit mir kämpfen? Was soll das? Was passiert, wenn ich alle Helme voll habe? Dann bin ich sowas von tot, ne? Dann war's das wahrscheinlich mit mir. Oh, ja, 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 ja. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Warum bist du jetzt denn wieder runtergegangen? Oh, ja, ja. Ey, dieser Schild, wie hässlich mit einer Eule. Da. Widerlich. Ich mag euch nicht. Ihr habt eine Eule als Symbol. Komm, bevor, äh, Isodora kommt. Ach, da ist sie ja schon. Oh nein! Oder er, oder sie, oder keine Ahnung. Möchte ich nicht ein. Ach, das ist Sona, die Tänzerin. Okay, die ist mir ein bisschen zu groß. Und sie ist Level 16. Na, geil! Kann ich hier abhauen? Tschüss! 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 Ich fühle mich hier leicht, äh, überfordert. Kann ich das hier aufmachen? Nee, ne? Warum kann ich es nicht aufmachen? Ich weiß. Ihr seid ja alle unfair, ihr kackten Gesichter. Union. Ich muss mal kurz abhauen. Das ist die Gelegenheit! Los! Ja. 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 Alter, sind das viele. Nein. Einfach weg. Nicht so tiefes Braum. In Deckung! Schnell! Ja. Ja. Nein. 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 Alter! Oh, ihr mit euren Schechs Gift? Isodora ist da. Irgendeine Dienerin, alles klar. Könnt ihr bitte gehen? Ihr seid voll unfair. Ach, das ist ein Typ. Okay. Wollen wir hier kämpfen? Ja, fall runter! Das wäre... Oh mein... Wow! Wow! Papiss dich! Ja, du bist tot! Fick dich! Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Ich hätte nicht geglaubt, dass das klappt. Ohne Scheiß. Iso... Die andere kann ich wahrscheinlich nicht runterkicken. Die ist viel zu... Viel zu breit. Wegtreten! Ja! Ich brauche Leben! Hm! Noch ein Treffer, ich bin tot, ne? Oh Gott! Ganz kurz! Schutz suchen! Hallo Blood! Flowness! Und Flowness! Erfolglich... Erfolgreich weggetreten! Esface! Hey! Da kommen sie alle! Wie geht's euch? Meine Fresse geht nicht mehr auf den Keks, ne? Du wirst ein Festmahl für die Krähen! Was? Leuchtfeuerentzü... Warum? Ach, ihr seid doch kacke! War der das? Schon drei Helme? Ich mach mal bis... Bis fünf sind. Ich glaube, ich werde sterben. Ich werde, äh... Vermutlich ein bisschen locken. Ist okay! Ist okay! Mach das! Ich bin ein bisschen müde wegen dem Stream gestern. Ähm... Beziehungsweise heute. Ich habe ja bis... Drei... Drei... Halb... Halb vier... Vier... Ich habe keine Ahnung. mehr, wie lange ich gestreamt habe. Ich bin ein bisschen platt, aber... Es geht ansonsten. Alles gut? Das freut mich. Das ist schön. Meinen Charakter geht's nicht gut. Wir sind hier... Leicht in Unterzahl. So ein bisschen! Ich werde direkt entdeckt. Von... Patrobus. Renne! 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 Ja, ich kann's nicht abblocken. Ich ernsthaft. Ja, du stehst richtig. Jetzt geh runter da. Ach du, was ist mein Arsch. Ich seh' dich auch! Uah! Captain Cole, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen! Wie ich abkacke. Bestimmt sehr gut. Bis drei Uhr. Bis... Bis zum Urlaub. Na, heute ist ja sowieso ein Feiertag. Ich hau' mal kurz ab. Wenn... Hallo? Danke. Heute ist ja eh... Tag der... Deutschen Einheit.